Musik Während sie beide tönen, lassen sie sich dieses große Netz an Regenbogen sehen, dass alle Menschen jetzt über die Erde ziehen, die vom Geist des LSD, vom Geist von Basel, vom Geist, den Albert Hochmann berührt hat, und über das Ende über die Erde schwachen. Und dann lade sie ein, ihre eigene Hand auf ihr Herz zu hauen, um sich selber zu bedanken, dass sie die Entscheidung genommen haben, wie Claudia gesagt hat, hierher zu kommen. Und nehmen sie unseren Dank mit ihrer eigenen Hand in Empfang. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich danke Albert Hochmann und allen, die hier sind. Applaus Vielen Dank.